Dieses Video wird unterstützt von GetInIT. Wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt und selbst als professioneller Spieleentwickler oder in einem anderen Feld der IT arbeiten wollt, dann klickt da definitiv mal rein und schaut am Ende des Videos nochmal vorbei. Dort zeige ich euch noch ein paar mehr Details. Bis dann. So meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute geht es weiter und zwar wollen wir heute nicht dieses Ding hier irgendwie hochstellen, aber ihr habt gesehen, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Jetzt geht es darum, wir wollen hier eine Funktion aufrufen und zwar regelmäßig. So was wie zum Beispiel innerhalb der Update-Funktion können wir hier jederzeit hergehen und Animationen kreieren. Und dazu müssen wir über die Szene gehen. Wir haben ja jetzt gesehen, in der Szene gibt es Kinder. Das heißt Punkt Children. Also ich will euch das nochmal ganz kurz hier zeigen. Wir haben die Szene, wir haben die Children und dann haben wir hier mehrere Kind-Children sozusagen. Einmal hier das Erste ist, lasst mich nachgucken. Ja, das machen wir nachher noch, was das genau ist. Und das sollte sogar eigentlich die Plane sein, also die Ebene. So, das heißt, wenn wir jetzt dieses Ding hier rotieren, also quasi Children of 0, ja, also sollte auch ungefähr hinkommen, weil wir als erstes den Boden zugefügt haben und nicht die Box, dann ist das hier unsere Ebene. Und jetzt sagen wir hier einfach Rotation Punkt, ähm, lasst uns um die x-Achse drehen, Punkt x plus gleich 0,002. So, und damit rotieren wir diese Ebene in jeder Update-Funktion. Also jedes Mal, wenn diese Funktion hier aufrufen wird, sprich bei jedem einzelnen Frame. So, jetzt rufen wir, oder jetzt starten wir das ganze Ding mal. Ich mache mal das hier nochmal weg. Und dann sehen wir, wuuuh, die Szene dreht sich. So, ähm, ich würde sagen, oh ja, jetzt habe ich mir schon fast schlecht hier. Äh, ich würde sagen, wir wollen nicht die x-Achse, sondern die y-Achse. Ich glaube, das sieht besser aus. Ja, so ist besser, ähm, so dreht sich's. Aber was jetzt natürlich doof ist, der, der Cube hier, der, der Würfel, die Box, die dreht sich nicht mit. Und das ist ein bisschen unschön. Wir wollen eigentlich, dass sich die mitdreht. Und das machen wir ganz einfach, indem wir hier nicht die Box zur Szene hinzufügen, sondern an unseren Boden. Das heißt, wir sagen hier oben Floor Punkt Add Box. Und jetzt ist es so, jedes Mal, wenn sich der Floor verändert, also der Boden verändert, sprich, der dreht sich oder sowas, dann dreht sich die Box mit. Sprich, die Box steht immer auf unserem Boden. Und das macht in vielen Fällen Sinn. Denkt an eine Türe, deren, ähm, naja, deren ganzen, äh, also sagen wir mal, die Türklink und so weiter. Die soll sich ja dann mit der Türe mitbewegen. Und nicht irgendwie jedes Ding soll separat berechnet werden. Und deswegen gibt es eben diese hierarchische Struktur hier. So, wenn wir jetzt das nochmal aktualisieren, dann sehen wir, wuh, ähm, ja, die, die Box hier ist offensichtlich ein bisschen zu weit weg. Aber die wird natürlich, also die Box, die haben wir halt auf der Z-Achse ein bisschen verschoben. Aber das ist jetzt alles relativ zu dieser grünen Ebene. Ähm, das heißt, lasst mich dieses Translaten ein bisschen wegpacken. So, so sollte das eigentlich ganz gut passen. So, jetzt sehen wir hier die Box, die steht hier drauf. Und, ähm, wird dann direkt die ganze Zeit mitgedreht. Ja, eigentlich sehr cool das Ganze. Das ist jetzt auch schon unsere, äh, unsere Animation. Wir sehen ja auch, wie die Ebene hier alles durchschneidet. Und jetzt habe ich schon angekündigt, das ist ein bisschen schwierig, die einzelnen Dinger zu identifizieren, was das eigentlich genau ist. Ähm, ja, wir wollen natürlich hier jetzt noch die ganzen Objekte benennen. Und das machen wir, wir benennen das Ding jetzt einfach immer. So, das heißt, wir sagen hier, okay, ich habe mir den Boden generiert. Das heißt, wir sagen hier, Floor.Name ist gleich Floor. So, das könnt ihr natürlich immer noch so benennen, wie ihr das wollt. Das ist nur ein Name, aber ihr müsst euch den Namen dann irgendwie merken. Das könnt ihr auch super gut in globale Varianten einspeichern. Ähm, und das ist eine Möglichkeit, quasi auf die Objekte drauf zuzukommen. Und das hier benennen wir natürlich auch Box.Name ist gleich, ähm, Box 1. So, und wenn wir jetzt das Ganze hier uns angucken in unserem Browser, ähm, jetzt mache ich hier nochmal kurz Untersuchen rein. So, dann sehen wir hier die Szene. Und wenn wir die jetzt aufklappen, dann sehen wir hier wieder die Children. Und dann sehen wir hier, wir haben nur noch ein Children. Und das hat jetzt den Namen Floor. Warum haben wir nur noch ein Children? Naja, wenn wir das jetzt aufklappen, sehen wir, bam, das Ding hat an sich wieder Kinder. Nämlich hier Children. Und das ist nämlich jetzt Box 1. Das heißt, die Box 1 ist jetzt ein Kind des Floors. Und der Floor, also der Boden, ist ein Kind von der ganzen Szene. So, eine letzte Sache, um sowas nochmal zu machen. Also hier zum Beispiel irgendwelche Animationen zu machen. Will ich euch auch noch zeigen. Und zwar, wir können natürlich jetzt auch auf der Szene einfach jedem Kind irgendwas machen. Also wir können natürlich auch zum Beispiel hierher gehen und sagen, hey, war Floor, ist gleich, um jetzt den Namen auszulesen, Scene.getObject, äh, so wird mir natürlich wieder nicht vorgeschlagen, getObjectByName. Und dann geben wir hier einfach Floor an. Und dann bekommen wir den Floor. Das ist genau dasselbe wie das, was ich hier mache. Ähm, da kann ich jetzt auch einfach sagen, Floor.Position, nee, nicht Position, Position ist doof. Rotation, ähm, Punkt Z. Dann rotiert sie auch noch in die Z-Achse, aber sehr, sehr langsam. 0,0001, ja, damit wir es auch nur ganz leicht sehen. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann sehen wir hier, okay, es ist schon, sie kippt noch so ein kleines bisschen zusätzlich. Wir sehen das hier. So, ähm, ja, was wir jetzt auch noch machen können, ist, wir können aber jedem Objekt in unserer Szene einfach auch eine Funktion zuweisen. Und das machen wir mit der Scene.traverse-Funktion. Scene.traverse ist sozusagen die Funktion, wenn ihr wirklich jedem einzelnen Kind-Objekt irgendwas geben wollt. So, Function, das Ding nimmt auch wieder eine Function. Und wir bekommen hier einen Parameter rein, nämlich das Child, also das Kind sozusagen. Ähm, und was wir hier drin jetzt machen, bleibt uns überlassen. In unserem Fall, tja, ich würde sagen, lasst uns das doch einfach mal, ähm, ja, lasst uns hierfür mal die Position nehmen. Das müssen wir dann halt fürs nächste Mal wieder rausschmeißen, aber das ist okay. Okay, plus gleich, ähm, 0,01. So, dann wächst jedes Mal dieses Ding und wir sehen, wie es abdriftet. Und see ya, bye bye. Ja, also ihr seht, das passiert dann quasi für jeden einzelnen Knoten. Ich will das jetzt hier nochmal ganz kurz ein bisschen langsamer machen. Ähm, wir sehen hier, dass dieser, dieser innere Knoten auch weiter verschoben wird. Und zwar auf der Plane. Also ihr seht, wie er immer weiter nach unten gerade driftet und oben immer mehr Platz ist. Das ist schon so gewollt. Das ist im Endeffekt deswegen, weil jetzt wirklich durch jeden einzelnen Knoten durchgegangen wird. Und, ähm, ja, da halt jedes Mal diese eine Funktion aufrufen wird. Nun ja, ähm, das sollt als erste paar, ähm, Animationen, also ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen, das war eine richtige Animation, aber es ist eine grundlegende Animation, okay? Und wenn ihr sagt, Mensch, ich will in diesem Bereich später mal arbeiten oder jetzt am besten direkt mal arbeiten, dann schaut euch auf jeden Fall Get in IT an. Dort gibt es mittlerweile über viereinhalbtausend IT-Jobs von wirklich sehr, sehr geilen Firmen, auch für die ich natürlich auch arbeiten wollen würde, wenn ich nicht für euch komplett da sein möchte. Und ja, die bewerben sich sogar bei euch. Das heißt, ihr müsst nicht mal Bewerbungen schreiben, sondern die Firmen bewerben sich bei euch und ihr werdet dann gematcht und, ja, könnt dann dort quasi direkt anfangen. Natürlich nicht nur im Game Design, sondern in jedem Bereich der IT, aber da wir gerade Game Design machen sozusagen für den Browser, ist das natürlich auch eine super Gelegenheit für euch. So, einfach hier auf Profil bearbeiten gehen. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos für euch und ihr könnt euch da anmelden, kostet euch gar nichts und dann einfach hier angeben, was ihr wirklich alles könnt. Wir haben ja schon mal ein Sponsoring gemacht, das heißt hier React.js, TypeScript, Python und Machine Learning haben wir alles schon gemacht. Und ja, jetzt sagen wir einfach mal, Mensch, nach dieser Serie können wir natürlich noch Free.js hier absolut perfekt und dann natürlich nicht nur auf einer 3 von 5, sondern auf einer soliden 5 von 5 und dann können wir auch im Free.js Bereich einen Job finden. So, dann natürlich noch die Sprachen einstellen, Perspektiven, Studium, Ausbildung und Praxiserfahrung und Lebenslauf und wenn ihr wirklich euer Profil komplett ausgefüllt habt, was ihr hier oben an den wunderschönen Diamanten seht, dann könnt ihr wirklich erwarten, dass einige Firmen sich bei euch bewerben werden. Das ist nämlich auch so gewesen bei unseren bisherigen Sponsorings. Dort haben tatsächlich 80% der Leute, die sich über meinen Link angemeldet haben und ihr Profil komplett ausgefüllt haben, ein Jobangebot bekommen. Ich glaube, das allein ist schon Motivation genug, das zu tun. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen, wünsche euch viel Spaß beim Jobsuchen bzw. gesucht werden und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.